Hallo, ich bin der Sultan. Ich möchte euch das bekannteste Blasinstrument, die Blockflöte, zeigen. Die Kinder können nach dem Früherziehung das Wunderbar beginnen, dieses Instrument. Und wenn jemand länger auf diesem Instrument bleiben möchte, kann man natürlich auch. Dann steigt man auf der nächsten Größe um. Das ist die Altblaschflöte und ich zeige euch, wie es klingt. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr auch Interesse hättet auf diese Instrumenten.